dieses video ist einfach mal zu zeigen welche aufnahmen ich mein nicht nehme aus dem grund weil sie entweder zu leise sind es leckt ich abgestoppt werde bei quicksg und ja in dem fall waren alle aufnahmen zu leise und ja die aufnahmen generell halt nicht so super meiner meinung nach und ja ich sag dann einfach mal viel spaß mit dem video die leute und willkommen zu einem neuen video auf dem kanal einfach mal eine kleine rome und wenn man los dann lassen wir es nicht und dann und dann und 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 Als ob ich da abgestaubt wurde. So Leute, da sind wir wieder auf dem nächsten Merklinx Playtime und das ist natürlich hier so. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.